Pia und die wilden Tiere Pia und die wilden Tiere Pia und die wilden Tiere Geht ganz nah ran, ganz nah ran Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Schaut mal, da ist eine Kreuzotter. Die Kreuzotter ist neben der Aspis-Wieper unsere einzige heimische Giftschlange. Eigentlich sollte man wirklich einen großen Bogen um die machen. Aber ich will mich heute trotzdem mal ganz nah ran trauen. Für euch gibt es bis dahin schon mal die ersten Infos. Die Kreuzotter ist eine Giftschlange und gehört zur Familie der Wiepern. Ihr Gift ist zwei- bis dreimal so giftig wie das der gefürchteten Klapperschlange. Allerdings ist der Giftvorrat immer sehr gering. Deshalb ist die Kreuzotter bei weitem nicht so gefährlich wie ihre Artgenossen aus Amerika. Besonders auffällig bei der Kreuzotter ist das dunkle Zickzack-Muster auf dem Rücken und das Kreuz auf ihrem Kopf. Diesen Merkmalen verdankt die Kreuzotter ihren Namen. Die Grundfarbe der Kreuzotter kann sehr unterschiedlich ausfallen. Es gibt sehr helle Exemplare, aber auch bräunlich gefärbte. Das sind in der Regel die Weibchen. In Bergregionen leben sogar ganz schwarze Kreuzottern. Sie tragen den schaurigen Beinamen Höllenotter, sind aber nicht gefährlicher als andere Kreuzottern. Auch sie kommen mit Zickzack-Muster zur Welt, färben sich aber nach und nach um und werden immer dunkler. Eine schwarze Schlange ist zwar nicht so gut getarnt, dafür nimmt sie aber besser Wärme auf und kommt schneller in Bewegung. Ich bin zu Besuch bei Pauli. Pauli ist von Beruf Tierfilmer und schon seit seiner Kindheit von Schlangen wieder Kreuzotter fasziniert. In seinen Gartengehegen züchtet er die Reptilien. Heute möchte mir Pauli etwas Besonderes zeigen. So, jetzt schauen wir mal da drüben rein. Das ist das größte Gehege, das ich hab. Jetzt guck mal, wie viele du siehst. Ah, da. Da sind drei. Oder das da hinten, da oben. Ja. Und da, da ist auch eine. Genau. Vier. Vier, super. Also die sind ja einfach zu sehen, aber dass du die gleich gesehen hast, ist schon nicht schlecht. Hab ein Auge dafür. In diesem Gehege filmt Pauli seine Schlangen, wenn er Tierfilme dreht. Was haben wir hier jetzt genau vor? Hier haben wir was ganz Besonderes vor. Und zwar will ich endlich mal Aufnahmen machen, wenn ein schwarzes Männchen mit einem normalen kämpft. Wow, okay. Warum machen die das? Die kämpfen wegen den Weibchen. Jetzt ist Paarungszeit. Alles klar. Nur die stärksten Kreuzottermännchen dürfen sich mit den Kreuzotterweibchen paaren. Deswegen messen sie ihre Kräfte bei einem Kampf, dem Ottertanz. Dabei versuchen sie, sich gegenseitig zu Boden zu drücken. Damit im Paulisgehege so ein Ottertanz stattfinden kann, muss der Tierfilmer Vorbereitungen treffen. So, Pia, unsere erste Aufgabe, weil es jetzt noch früh und kühl ist, wir müssen die Weibchen hier aus dem Gehege holen. Wer mit Giftschlangen arbeitet, benötigt Schutzhandschuhe. Los geht's. Ah ja, da ist schon einer. Genau, stell den mal hier ab und geh einen Schritt zurück. Jetzt machst du mir die großen Deckel bitte noch auf. Großen Deckel auf. Wunderbar. Dann holen wir uns die Mädels. Oh. Das ist jetzt ein Weibchen. Du siehst, dass das schön braun ist. Während der Paarungszeit hält Pauli Männchen und Weibchen meistens getrennt, damit es nicht ständig Nachwuchs gibt. Deswegen müssen die Weibchen erst einmal aus dem Filmgehege raus. Und dann können die Männchen rein. Da, ich hab eine. Ah. Kein Problem. Ja, und die letzte gefangen. Und die letzte gefangen. Das heißt, hier ist jetzt alles leer. Jetzt können die Jungs rein. Genau. Haha. Jetzt geht's los. Erst die schwarz gefärbte Kreuzotter. So, einmal. Dann zwei schwarz-weiße Kreuzottern. Zwei auf einen Streich. Und jetzt mach dich auf was gefasst. Ich bin gespannt. Die Weibchen sind zwar weg, aber die Männchen spüren, dass sie eben noch da waren. Jetzt siehst du, wie der eine dem anderen schon immer nachkriegt. Und du siehst auch, dass sie die Zunge ständig heraus haben. Da riechen sie das Weibchen, oder? Da riechen sie die Weibchen, genau. Und dieser Geruch ist eigentlich auch der Auslöser für das Kämpfen. Und je mehr sie die Weibchen riechen, desto erregter werden die Schlangen. Das könnte jetzt was werden. Wow. Jetzt geht's los. Wow. Die sind ja superschnell. Wahnsinn. Das ist der Otterntanz. Den haben noch nicht wirklich viele Leute gesehen. Bisher ringen nur die zwei schwarz-weißen Männchen miteinander. Doch Pauli möchte Aufnahmen von der schwarzen Kreuzotter im Kampf mit einer schwarz-weißen bekommen. Er wagt sich ins Gehege. Da, da vorne. Oh ja, da geht's los. Jetzt geht's los. Oh ja. Der Otterntanz geht in die nächste Runde. Aber wieder ringen nur die schwarz-weißen Schlangen untereinander. Das schaut aber heftig aus. Sag mal, verletzt sich da keine von denen? Nein, die setzen ihre Giftzerne bei dem Kampf nicht ein. Das ist nur ein Ringen. Also einfach nur Kräfte messen. Wer ist der Stärkere von uns? Ganz genau. Deswegen bin ich ja auch ziemlich sicher, weil die mich auch nicht beißen würden. Wow, cool. Krass, die gehen ja richtig ab jetzt. Die schwarze Kreuzotter aber geht den Herausforderern immer aus dem Weg. So schön langsam scheinen sich die Jungs wieder beruhigt zu haben, oder? Ja, von der schwarzen habe ich jetzt noch nichts bekommen, aber die schwarz-weißen, da habe ich schon ein paar gute Aufnahmen jetzt gekriegt. Vielleicht war die schwarze Kreuzotter noch zu jung. Aber bei der nächsten Paarungszeit wagt sie bestimmt einen Tanz mit den Großen. Für heute sind Paulis Dreharbeiten beendet. Pauli filmt seine Schlangen nicht nur, er erforscht sie auch. Zum Beispiel kontrolliert er regelmäßig ihr Gewicht. So Pia, jetzt haben wir hier drin schwarze, mittelgroße. Und die wollen wir heute wiegen, weil ich feststellen will, wie viel die über den Winter, über ein halbes Jahr an Gewicht verloren haben. Schlangen überbrücken den Winter in einer Kältestarre. Dabei bewegen sie sich nicht und fressen nichts. Sie leben von Fettpolstern. Pauli wiegt jede Schlange vor der Kältestarre und danach und kann so das Gewicht vergleichen. Nur, wer ist hier wer? So, du siehst, die sind alle schwarz. Da ist es jetzt nicht so einfach, die haben kein Muster. Wie können wir die jetzt unterscheiden? Ich habe keine Ahnung, für mich sehen die alle gleich aus. Ja, für mich auch. Aber ich habe einen Trick. Jetzt machen wir da mal zu. Ich habe die nämlich fotografiert. Jetzt siehst du hier einen Unterschied, außer dass die eine schmutziger ist als die andere. Na ja, so ein bisschen hier von den Mustern. Genau. Die hat hier zum Beispiel vier, die hat hier drei. Dann hat die hier so kleine Dreiecke, hat die überhaupt nicht. Das ist wie ein Fingerabdruck beim Menschen. Die Schlange kann ich in zehn Jahren anhand dieses Musters immer noch identifizieren. Und so kann Pauli die Schlangen wiedererkennen. Sie wiegen und das neue Gewicht der richtigen Schlange zuordnen. Und dann ist die Schlange ein. 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 46 Gramm. Weißt du noch auswendig, wie viel die vorher gewogen hat? Nee, aber ich habe es Gott sei Dank aufgeschrieben. 48 hatten wir. Das war im Oktober letzten Jahres. Die hat jetzt sechs Monate nichts gefressen und hat zwei Gramm verloren. Die Waage ist gar nicht einmal so genau. Es sind vielleicht nur ein Gramm. Das musst du dir mal vorstellen. Wenn du sechs Monate nichts isst, was du da verlieren würdest. Ist das bei Schlangen normal? Ja, bei Riesenschlangen ist das sogar noch extremer. Die können ein, zwei Jahre nichts fressen und fast nichts verlieren. Wow. Schlangen haben einen Trick. Warte, ich mach da mal zu. Nicht, dass du die ausbückst. Und zwar können die, nachdem sie was Großes gefressen haben, verdauen die das. Lagern das als Fett ein. Und dann reduzieren die die inneren Organe. Herz, Lunge, alles. Es wird alles klein und geht auf Stand-by. Und erst wenn sie wieder was fressen, fahren die das alles wieder hoch. Und so können die ewig lange ohne fressen. Wow. Außerdem sind Schlangen wechselwarme Reptilien. Ihr Körper passt sich der Außentemperatur von selbst an und wärmt sich in der Sonne auf. Das spart Energie. Nach dem Wiegen dürfen Paulis Kreuzottern wieder in ihr Gehege zurück. Sag mal, warum machst du das eigentlich? Also ist das dein Hobby? Schlangen züchten? Ja, zum einen mach ich das natürlich, um Daten zu kriegen. Die Kreuzotter ist ja stark gefährdet. Die werden immer weniger, die werden immer seltener. Und je mehr ich darüber weiß, desto besser kann ich sie schützen. Und so Daten wie bei heute, wie wir sie gewogen haben, so was krieg ich halt nur bei Gehegetieren. Das kann ich in der freien Wildbahn eigentlich unmöglich machen. Und dann mach ich's natürlich, weil sie echt cool sind. Ja gut, ich hab ein bisschen Respekt, aber das ist ja auch gut. So Pia, jetzt hab ich was, das gefällt dir sicher. Okay, ich bin gespannt. Nimm mal diese Handschuhe. Ich ahne es schon. Und jetzt zeig ich dir, wie ein Baby ausschaut. Oh, ein Baby? Was heißt Baby? Wie groß sind die? Wie alt sind die? Das wirst du jetzt gleich sehen. Okay. Da. Oh, die sind ja winzig. Die sind winzig. Oh, zwei gleich. Hast du die Handschuhe an? Ich hab die Handschuhe an. Muss ich irgendwas beachten? Nein, mach mal die Hand so. Beide vielleicht, ja. Und dann kriegst du mal eine kleine. Nein, nein, nein. Bleib einfach. Bleib einfach gerade. Okay. Du brauchst keine Angst haben. Aber ein bisschen Angst darf sie schon haben. Die haben das gleiche Gift wie die alten. Ja, solange ich die so weit von mir weghalte, glaube ich, ist es in Ordnung. Näher braucht sie jetzt auch gar nicht. So, ich nehm dir die mal wieder ab. Ja, gerne. Lass sie mir mal rüber. So, die setzen wir wieder zurück. Eine Schlange ist nämlich kein Streicheltier. Und keine Schlange mag es auf den Arm genommen zu werden oder über den Hals gehängt zu werden. Die Schlangen würden es immer vorziehen, in Ruhe gelassen zu werden. Ja, dann setzen wir sie wieder zurück zu den anderen. Wird auch schon ganz hektisch. Die Kreuzotter ist lebend gebärend. Eine Besonderheit. Denn während die meisten Schlangenarten Eier legen, aus denen die Jungen schlüpfen, werden Kreuzotterjunge bereits im Mutterleib ausgeblütet und kommen lebend zur Welt. So, Pia, jetzt hast du einiges über Kreuzottern gelernt. Jetzt komm doch mal mit in die freie Natur und schauen, ob wir dort welche finden. Ja, das klingt doch spannend. Für euch gibt's bis dahin die nächsten Infos. Vor 100 Jahren waren Kreuzottern bei uns weit verbreitet. Heute kommen sie nur noch verstreut in Deutschland vor. Die Schlangenart gilt als stark gefährdet und ist in manchen Regionen sogar vom Aussterben bedroht. Deshalb steht sie unter Naturschutz. Zwar hat die Schlange einige natürliche Feinde, wie Wildschweine, Marder, Füchse und Greifvögel, aber die viel größere Gefahr geht von uns Menschen aus. Nach wie vor werden viele Kreuzottern aus Furcht erschlagen oder fallen dem Straßenverkehr zum Opfer. Außerdem finden gerade junge Schlangen immer weniger Nahrung, vor allem Frösche und Eidechsen. Und je kleiner die Population, desto anfälliger sind sie. Wenn die Kreuzotter bei uns überleben soll, muss sie noch stärker geschützt werden. Pauli und ich sind in den Bayerischen Wald gefahren. Der Nationalpark und seine Nachbarn setzen sich sehr für den Schutz der Kreuzottern ein. Hier darf Pauli seine Feldstudien machen. Hallo. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt. Pauli und ich wollen gleich ein paar Kreuzottern fangen. Das macht mir nicht zum Spaß, sondern ... Für die Wissenschaft natürlich. Eigentlich ist es streng verboten, die Kreuzottern zu fangen. Keiner sollte die stören. Es ist auch wirklich nicht gut, die Tiere zu fangen. Aber wir haben eine Ausnahmegenehmigung von der Regierung. Wir wollen die Tiere schützen. Wir wollen wissen, wo sie sich aufhalten. Dazu muss man auch mal eine fangen. Ja, und da sind wir jetzt recht früh unterwegs. Ja, jetzt momentan ist es gerade richtig gut. Weil jetzt kommt die Sonne, ist richtig schön warm. Die kommen raus, die brauchen die Wärme. Und je heißer es wird, desto mehr verstecken sie sich schon wieder. Das heißt, wir haben jetzt ein kleines Zeitfenster. Schauen wir mal, dass wir welche erwischen. Ja. Hast du denn gute Schuhe an? Ja, ich würd sagen, die sind kreuzotterfest. Ja, mit denen kann man schon arbeiten. Dann fangen wir mal da drüben an. Gut, dann los. Auf geht's. An dieser Stelle hat Pauli noch nie nach Kreuzotten gesucht. Hoffentlich haben wir Glück. Hohes Gras, Gehölz und Erdlöcher. Alles gute Schlangenverstecke. Es ist auch wichtig, dass man möglichst leise dreht und nicht auftrampelt. Da ist eine Haut. Echt? Siehst du unter dem Baumstumpf? Direkt in der Sonne siehst du was. Ah, da vorne. Ah ja, da sehe ich eine. Die häuten sich jetzt momentan auch. Ja, jetzt ist Paarungszeit und da sind die Männchen, die gehen aus der Haut und sind dann richtig schön gezeichnet. Wenn Schlangen wachsen, wächst ihre Haut nicht mit. Wird sie zu klein, streifen sie die alte Haut einfach ab. Darunter tragen sie bereits die neue Haut. Für Pauli ist das praktisch. Denn so bekommt er Tierproben für seine Datensammlung, ohne eine Giftschlange fangen zu müssen. Und wo eine Kreuzotterhaut liegt, muss irgendwo auch eine Kreuzotter sein. Wird sie mal rein tun. Wird sie mal rein tun. Dann schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Pauli, Pauli, da ist, glaub ich, eine. Vorsicht. Schau mal, ob du sie beobachten kannst, wie ich die Handschuhe dran habe. Die ist da im Gras, aber die könnte man schon erwischen. Ich hab sie gefunden. Weiß, die haben wir schon. Schau her. Was ein Exemplar. So ein schönes Männchen. Warte. Pia, die hast du gefunden. Ja. Du bist spitze, mein Glücksbringer. Jawohl, die erste Kreuzotter, die wir heute finden. Und ich hab sie gesehen. Jetzt muss man bitte die Kuchenform von meinem Rucksack runter tun. Weil ich das mit den Handschuhen schlecht machen kann. Da ist ein Karabiner. So. Karabiner auf. Dann mach sie noch auf. Die raus, oder? Die raus. Die Kreuzotter da rein. Den Deckel zu. Und gib mir Fall. Ja, cool. Super. Haha, unsere erste Kreuzotter heute. Super. Was machen wir jetzt? Als Erstes müssen wir die Temperatur messen, bevor sich die verändert. Wow. Aber die ist jetzt noch nicht so groß wie die, die du im Gehege hast. Das ist eines der Ergebnisse, das wir jetzt schon haben im Bayerischen Wald. Die Kreuzotter hier, das sind totale Grischperl. Also mit anderen Worten, die sind sehr klein. Ja, ich seh's ja. Und das ist jetzt eigentlich ein typisches ausgewachsenes Männchen. Und du hast recht, das ist nicht einmal halb so groß wie die bei mir zu Hause. Mit einem Spezialthermometer misst Pauli die Körpertemperatur der Schlange. Und die Lufttemperatur. Das nehm ich auch total interessant. Wir haben eine Lufttemperatur von 16 Grad. Und die Schlange hat 30. Was? Die ist doppelt so warm wie die Umgebung jetzt momentan. Wie kann denn das sein? Ja, wie kann das sein? Gute Frage. Offensichtlich nimmt die schwarz gefärbte Schlangenhaut die Sonnenstrahlen super auf. Auch bei kühlen Temperaturen kann das Tier so seinen Körper sehr schnell auf eine optimale Betriebstemperatur von 30 Grad aufheizen. Die Vermessung der Kreuzotter geht weiter. Und ich mach jetzt praktisch ein Foto, wie sie da neben dem Metermaß liegt. Und später am Computer kann ich die dann vermessen lassen, automatisch. Ah. Ich brauch die Schlange also nicht in die Hand nehmen. Was ja auch gefährlich ist. Für mich ist es gefährlich und für die Schlange ist es ein Stress. Und so kann ich das mit einem Foto wunderbar machen. Die Messung wird später ergeben, dass die Schlange 49 Zentimeter lang ist. Für eine Kreuzotter eher klein. Darf ich dir jetzt auch einen Namen geben? Ja, wir geben dir einen Namen. Das ist die VB523.A wahrscheinlich. Ich hätte jetzt eher an Otto oder so gedacht. Also ausnahmsweise würden wir das machen. Sehr gut. Otto, halt still. Jetzt gibt's ein Foto. Wie bei seinen Schlangen daheim fotografiert Pauli auch die Kopfschuppen, damit er den Fingerabdruck der Schlange bekommt. Gewogen wird das Tier auch noch. Mit 57 Gramm ist sie ein Leichtgewicht. Wow. So, jetzt machen wir noch einen speziellen Trick. Und zwar will ich die Schlange von unten fotografieren. Ah, da kommt jetzt oben was drauf. Und dann kann ich die einfach umdrehen. Boah, das schaut ja cool aus. Von der Seite sind die Bauchschuppen super zu sehen. Und ab hier fängt dann der Schwanz an, oder? Hier sind die alle im Ganzen. Und ab dem Schwanz sind sie geteilt. Jetzt seh ich's auch, ja. So, Pauli, jetzt haben wir alles. Was machen wir jetzt? Jetzt lassen wir sie da wieder frei, wo wir sie gefunden haben. Okay. Du, ich, wer, wie, wo? Nimm bitte den Haken. Und jetzt nimmst du sie vorsichtig raus mit dem Haken und setzt sie da einfach ab. Okay. Ja, genau. Jetzt bist du drin, ja genau. So, Otto. Mach's gut. Boah. Und weg ist er. Weg ist er, ja genau. Gehen wir weiter. Ja. Und das macht Pauli manchmal tagelang. Und zwar bei so vielen Schlangen, wie er findet. Da ist eine. Nein. Echt. Hast du sie? Jawohl. Das war die zwei. Die zwei. Und das ist sicher nicht Otto, oder? Nee. Das sieht man direkt an der Farbe. Die ist ja ganz schwarz. Das ist eine. Ah, die Höllenotter. Genau. Da. Die Höllenotter wird genauso vermessen und abfotografiert wie die erste Kreuzotter. Oh. Oh. Wohli, hast du eigentlich keine Angst vor denen? Du, ich bin tausendmal so schwer wie dieses Tier. Wenn ich auf die draufsteige, ist die sofort tot. Wer glaubst du, hat da mehr Angst vor wem? Ja, okay. Da hast du recht. Aber es wäre schon sehr schlecht, wenn ich mich beißen lassen würde. Was würde denn passieren, wenn die dich beißt? Ich müsste auf jeden Fall ins Krankenhaus. Das würde auf jeden Fall sehr unangenehm werden. Es tut einfach wahnsinnig weh auch, oder? Das kommt auf viele Faktoren an. Es kommt darauf an, wie viel Gift sie in die Wunde presst. Das kann die Schlange selber entscheiden, in dem Moment, wo sie zubeißt. Es kommt darauf an, wo sie mich erwischt. Im Gesicht wäre das viel schlimmer als am Finger. Da ist alles drin zwischen Schmerzen und Schwellung bis zur Ohnmacht. Das wäre in so einem Gelände schlecht, wenn ich alleine ohnmächtig zusammenbrechen würde. Deshalb bin ich froh, dass du da bist. Pass auf dich auf und du auf mich. Die Höllenotter darf zurück in die Freiheit. Aber nur kurz darauf schleicht uns die Nächste über den Weg. Pauli, da hinten ist noch eine. Hast du sie? Un wenig später eine Vierte. Ein erfolgreicher Tag geht für Pauli und mich zu Ende. Das war ein tolles Abenteuer bei den Kreuzottern. Ich habe gelernt, so gefährlich wie manche meinen sind sie gar nicht. Die sind eigentlich total friedlich. Man muss sie nur in Ruhe lassen, dann passiert auch nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Mail ich, tschüss. Und dann geht uns beim nächsten Mal wieder. Die sind die Augen. Bist du siehst. Gitarben. Bist du siehst. Bist du siehst. �gen. Schmerzen amemann. Untertitelung des ZDF, 2020